So, äh, ja, Endgrad nicht aufgenommen. Wir haben das Ziel neutralisiert und das ruckelt gerade schon wieder wie Sau. So, nächstes Ziel. So, Ziel neutralisieren, indem wir es mit dem EMP treffen. Genau. Gut, Wookiee 88, Schusswechsel gemeldet. Wenn wir zwei Ziele auch mitmachen, das wird zerstören. Ey, ich hasse das immer, dass das an der Weile so ruckelt. Aber das ist irgendwie ganz normal. So, wir lassen uns jetzt mal tatsächlich treffen. 17 Темa So, wie ihr habt. Ja, wir sind ja schon fast im Arsch. Wir können ruhig weiter auf uns einballern. Jetzt zeige ich euch nämlich noch gleich schnell die Todessequenz. Und dann war's das für euch. Ja, wir brennen schon. Das ist auch gut so. Wir sollen uns ruhig weiter treffen. Los, treff mich. A. Komm, zerstöre ich mich. Du willst es doch nicht. Du willst mich doch nur zerstören. So, das war's. Jetzt zeige ich euch noch die Todesszene, die jetzt kommen wird. Und dann war's das. So, jetzt kommt sie, die Todesszene. So, das war die Todesszene. Und, ähm, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's dann wieder heißt Let's Classic. Äh, ja, was es beim nächsten Mal gibt, weiß ich noch nicht. Muss ich im Schrank gucken, was da steht. Ja, bis denne. Tschüss. Sikowski. Melone. Bedankse. Gedingse. Ja. Tschüss. Schleifst. Sikows. Schleifst. Sikows. Schleifst. Schleifst. Vielen Dank.